Mein Name ist Ramona Müller. Vor kurzem habe ich mein Masterstudium in der pharmazeutischen Biotechnologie an der ZHW in Wädenswil abgeschlossen. Zurzeit arbeite ich bei einem Start-up der Repertoire Immune Medicine Switzerland, ehemals Teptera als Research Associate. Wir arbeiten mit sogenannten T-Zellen, das sind Blutzellen, die wichtig für die Immunabwehr sind. Das Ziel besteht darin, am Schluss eine Immuntherapie, zum Beispiel gegen Krebs, zu entwickeln. Die Arbeit mit den Zellkulturen bereitet mir sehr viel Spass. Zellen auftauen, splitten, also teilen oder diejenigen mit bestimmten Eigenschaften sortieren, sind zentrale Aufgaben in meinem Joballtag. Meine Arbeit ist sehr forschungsnah. Auch das Lesen von Publikationen oder Berichten gehört dazu. Vor dem Masterstudium habe ich meinen Bachelor in Biotechnologie an der ZHW in Wädenswil absolviert. Dieser Abschluss hat mir für eine solche forschungsnahe Stelle die Türen geöffnet. Mit einem Studium in der pharmazeutischen Biotechnologie bist du eine gesuchte Fachkraft. Ein Highlight des Studiums war die Masterarbeit, wobei ich das Thema selber aussuchen durfte. Zudem sind einige Businessfächer in Management, Wirtschaft und Gesellschaft vorhanden. Vor allem die Führungsfächer sind für eine spätere Führungsposition sicherlich hilfreich. Das Masterstudium in der pharmazeutischen Biotechnologie empfehle ich allen, die ihr Wissen zum Entwicklungsprozess vom Gen zum Medikament vertiefen wollen und einen verantwortungsvollen Job in der Pharmaindustrie anstreben.